Hier sehen Sie die Kurz-Endgrad-Presse KPS 2025 12 SKT in Schiebekipptisch-Ausführung. Die Endgrad-Presse ist ein wesentliches Anlagenteil bei den vollautomatischen Druckgießzellen, auf der ganze Türsegmente oder rechte bzw. linke Fahrwerksteile nach dem Gießen bearbeitet werden. Interessant ist die Presse für die Automobilbranche. Das Besondere ist, erstens 40% weniger Zykluszeit, zweitens 14% mehr Aufspannfläche und drittens 15% mehr zulässiges Gesamtgewicht des Endgrad-Werkzeuges. Immer schnellere Prozesszeiten sind im Guss gefordert, die Folge mehr Fachbelegungen im Guss und beim Entgraten. Die Presse bietet mit vergrößerter Aufspannfläche, überarbeiteter Steuerungstechnik und intelligenten Softwarefunktionen ein starkes Leistungspaket, das bei der Realisierung von Druckgießzellen für die Produktion von Alu-Druckgussteilen für Prozesssicherheit und hohe Anlagenverfügbarkeit sorgt.